Ich wollte nur noch weiter, ja, ja. Das ist nur noch ein Problem mit der Klappe. Da ist der diplomatische Druck, der muss da nachgestellt werden. Der hat den Gefühl, dass er die Klappe ist bei den Schnellwilligen auf. Und wenn er die Schnellwilligen auffährt, dann wird die Klappe eine Seite überwachen können. Ah, okay. Deswegen muss man, äh, einmal Adarine, genau. Wo ist der Rücken? Ja. Ja, ja. ulusики Untertitelung des ZDF, 2020